Musik In meiner Studienzeit war ich oft in Nepal. Das Land hat mich so fasziniert, dass ich es gerne anderen zeigen wollte. Und so bin ich zum Tourismus gekommen. Als Reiseleiter verdient man aber nicht so viel und organisieren konnte ich schon immer gut. Also habe ich mich auf der ITB vor den Nepal-Stand gestellt und einen Flyer mit meiner Reise verteilt. Die habe ich dann selbst geleitet und am letzten Abend sagte ein 60-jähriger Gast, das war die beste Reise meines Lebens. Und das war die Geburtsstunde von Chameleon vor 26 Jahren. Meilensteine waren die Gründung der Chameleon-Stiftung, die heute weltweit 54 soziale Projekte mit einem Budget von über 500.000 Euro fördert. Die Gründung der Rainforest Foundation, die inzwischen 18 Millionen Quadratmeter Regenwald unter Naturschutz gestellt hat. Und der Bau von zwei Chameleon-Firmengebäuden, einer Lodge in Namibia und eines Beach Resorts auf Sansibar. Alle Vorreiter in puncto Nachhaltigkeit. Diese Auszeichnung ist eine große Anerkennung für jedes Chameleon und bedeutet mir sehr viel. Die ganze Idee von Chameleon ist, mit einmaligen Reisen zur Entwicklung der Menschen in den Reiseländern beizutragen. Deswegen setzen wir den lokalen Verdienst an erste Stelle und haben auch in der Krise mit einem Fonds über eine Million Euro geholfen. Es geht um das Miteinander. Das zeichnet aus meiner Sicht einen guten Travel Industry Manager aus. Nächstes Jahr beginnen wir mit dem Bau von Chameleon-Haus 3 und einem Boutique-Hotel in Kapstadt. Und in ein paar Jahren möchten wir die Nummer 1 für Rundreisen sein. Vor allem aber wollen wir Vorreiter für Nachhaltigkeit bleiben. Doppelt so viel Regenwald kaufen und unter Naturschutz stellen und alle unsere Unterkünfte emissions- und plastikfrei machen. Vielen Dank. Vielen Dank.